Und da sind wir auch gleich schon wieder und wir vor folgenden Hauptmann der gerade leider entkommen ist Du bist nichts gegen uns! Ich glaube da hast du etwas bewegt Hey fettig! Immer nach hinten gucken! So jetzt hole ich mir noch schnell das Schwert dort hinten ab wo er ja auch so ein Hauptmann erledigt wurde eigentlich Mal sehen ob ich es dieses mal immer erkannt durchschaffe Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihren Bleich heute härter arbeiten lassen! So der wäre erledigt Schleicht da jemand um mir her? Da wollte ich eigentlich nicht hin aber gut Ich glaube nicht dass da jemand war! Zurück an die Arbeit! Habt ihr das gehört? Ach da geht er nicht hoch jetzt komm! Ich weiß nicht was das für Türme sind aber Stakugak haben sie teuer zu stehen! Der Hauptmann musste ihn von seinem Leid erlösen! Stakugak? Ach nein! Dann wieder nach oben! Und dann... Da auf das Seil wenn es geht! Dann geht es halt nicht! Dann da hochklettern! Dann da hochklettern! Tja.. Dann da zu stehen! Ich hätte diese kleinen Wicht geschnappt! Aber er ist wieder in Kamm! Wir sollten in der Umgebung ein paar Fallen aufstellen. 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Soll ich wie ein Kluft段 in dieser поставung. Soll ich jetzt natürlich nicht, das ist, was ich nicht mal solle Theme anst du? Sondern bitte, ich bin sicher etwas. Du bist zu persönlich. Und dann müsste das Schwert und so dahinten sein. So wäre der Arena. Dem juckt es gar nicht. Dem juckt es auch nicht. Dem juckt es auch recht nicht. Und die da hinten merken gar nichts. Hallo Kinder. Heute werden wir alle sterben. Oder ihr. Ja. Ja. Wo ist Andi? Ich hab ihn und seine Gruppe lange nicht gesehen. Die bleibt weg. Jetzt kann ich aber das Wort da drüben holen. Wie. So. Jetzt gehört er von mir. Jetzt kann ich aber wieder aufbauen. Oder. Ja. Einfach abbauen jetzt. Jetzt möchte ich endlich zum nächsten. Gindruck könnte ich. mit den als nächstes und wartet kurz so bin wir da kurze vorzügerung aber egal gehen wir mal elegant hier aus dem ganzen spektakel raus und dann ist unser nächstes hauptziel der eine wachsutze dahinten seil rück und klotz nicht so seil rück und klotz nicht so seil rück und klotz nicht so habt ihr das gehört das war meine klinge in den Allerwertesten reichst denn die Beine aus auch mal schweiß ich hab noch keinen Punkt drauf Ich bin hier! die menschen so weit verbreitet sie haben uns kaum etwas entgegenzusetzen ein paar wenigen wie diesen geflohenen Sklaven das ist ein Glück heute hier so ein Mörder zu tun das müssen wir dann da finden dann müssen wir mit dem Bild als erstes wechseln ja, und du bist die zweite Leiche wehe du tust der Alarm schlagen so, dich tun wir weg snacken, was denn, ich bin kottbeschaffig ja, ich nehm ihn immer noch auf das hat er sich getroffen da war doch ein Urupschlechter bist du bereit für den Tod? du erzitterst vor Angst, wie alle feigen menschlinge ja, ja, nie wird so dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren ja, macht das ach, der fitz hat der nicht, der Kammelstink das ist das ist du Zeit zu sterben, Feigling! Null Verstärkung! Ah genau, den Kargo, den könnte ich jetzt gebrauchen. Ah, doch nicht ins Käfig rein, du Volk Forsten! So, die sind alle beschäftigt, den da Hanna verfolgt, und... Ich hoffe, dass alles glatt läuft. Ach, komm her! Der darf mir nicht entwischen. Ah, du Wichser! Ah, du Wichser! Ah, nein! Ah! 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 So eine Schommisse! Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Naja, macht gut! Ah! Ah! Vielen Dank.